Es mischt es eigentlich sehr. Ich habe es jetzt aufgemacht. Da sind Übersicht, Updates, alle Wiedergaben. Test. Helfen alten Mann mal auf Freddy, ich lese ich Panzerheld. Ich muss auf Live-Stream gange. Live-Stream. Okay. Kann man, Mensch. Ah, live. Live, ne? Ja. Ah, ja. 5 Sekunden Verzögerung. Kann ich noch bei den Gefechten zuschauen? Ich muss gerade das Gefecht suchen. Du hast ja diese Live-Stream an und da muss ich das Gefecht suchen. Ne, du musst bloß auf dem Live bleiben. Wir haben gerade eine Pause. Blöd. Ja, ich bin blöd. Du musst besser auf dem Live-Stream bleiben. Dann kannst du noch mal bei den Gefechten zuschauen. Ja, ich habe jetzt auf der linken Seite steht ja einmal live, richtig? Ja. Und da habe ich draufgeklickt, live. Ja, und da müsste ich meine Garage sein. Da bin ich da falsch. Da bin ich dann falsch. Ja, komm mal zurück. Beste auf YouTube lese ich hier nur. YouTube. Moment. Ja. Ja. Da bin ich da. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 und ich mache ich auf und dann kommt youtube und johann koch johann koch jetzt live jetzt ist die garage auf genau jetzt müsste ich gleich noch den panzer bewegen an der tk hallo ist heute länger oder bist du wieder verschwunden ich bin gleich leider wieder verbunden aber aber morgen komme ich früher ok ja ich habe das auto wieder circa zwei gefechte norton brauchen wir für die nicht schon mal einen ersatz jetzt bewegt sich der panzer so gleich wieder weg hast du gerade gehört wir konnten sich ja gleich freuen wenn sie das sieht dass du da bist ja aber hans morgen bin ich dafür länger da ja bitte sagt wie später ja das ist doch super du auch das habe ich schon gesagt hallo mein herzen hallo mädel na es geht bei mir ja bei dir auch bei dir auch was alles klar das hört sich witzig an was hört sich witzig an das hört sich gerade ja ja ist klar nein ich habe gefragt bei dir auch alles klar ja sehr schön auch so warm warm im moment mein kampf stand mein kampf stand zu du gut deutsch vier dreiviertel und keks also wir haben noch gefühlt bestimmt 30 grad wo ist dennis ich habe es abendlich 30 grad die ist gleich da was von unserem gefecht zuschauer cool es ist witzig es kommt alles zeitverzögert an ich könnte mich wegschmeißen ja fünf sekunde die ganze zeit ich bin hier irgendwie fragt dreimal und krieg keine antwort und dann irgendwie halbe stunde später übertrieben ja machst du ja noch irgendwas im hintergrund das hat so zeitverzögert ankommt oder bei youtube ne das ist normal wenn ich es jetzt zu youtube schicke und dann können sie aufmachen du das ist die internet leitung die ist auch eingeschlafen so zu warm wenn man sich selber quatschen hört herzelein wie lange bist du da circa 21 uhr jetzt bin ich wieder traurig aber dafür morgen länger das hört sich gut aus ja 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 und Hans, du wirst aber wirklich jeden Panzer in der Garage stehen, wa? Nicht so. Wir haben uns gerade mal die Tests angeguckt von dir. Das ist ein Hammer. Nach Lopper Grün. Und ein Hammer. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, Scorpion ist angeschlagen, der ist One-Shot für dich, Hans Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020